So Leute, wir sind hier im Pirate-Studio und wir rekorden heute den Track Road Rage. Kommt mal mit. Hi guys, das ist mein Producer Pornovich und wir rekorden heute den Track Road Rage. Ja und wir nehmen euch mal mit. Ich bin gespannt was ihr dazu sagt. Mach ihn mal an. Was macht Frankie heute? Hallo. Hallo. Alles gut? Alles gut? Ich gehe jetzt ein bisschen runter. Ja, einfach schon mal ein bisschen arrangieren. Wir haben den Kopf reingemacht und so. Ich mache das ganz normal. Links nach rechts gehen wir. Alles gut, wir werden nicht zu gut. Mach uns oben über die Übersicht und so, ja. Jawohl. Dreckige gut. Rede gut. Neu? Neu? Neu, Neu. 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 ja genau okay dann let's go okay da geht's los na ja okay gut dann noch mal google maps berlin pragma zürich gibt cash auf der suche nach cash gehe ich aber es wäre ich weiß wenn die ball hawker ist behind es geht nicht um die zeit weil ich weiß alles holt mich ein deswegen bin ich schneller als mein sein road rage check nummer 9 road rage ich check google maps berlin pragma zürich gibt cash auf der suche nach cash gehe ich aber smash ich weiß wenn i die ball hawker ist behind es geht nicht um die zeit weil ich weiß alles holt mich ein deswegen bin ich schneller als mein seien ich glaube ich jetzt ein bisschen schneller gerät als vorher weißt du ja ja ich habe das gemacht der suche nach cash gehe ich aber smash genau dann kommt eine lange pause ich weiß aber nicht wie lange die pause sein soll genau also du hast ja dieses geräusch hier ich weiß wenn i die ball hawker ist behind es geht nicht um die zeit weil ich weiß alles holt mich ein deswegen bin ich schneller als man sein dann wieder eine pause oder geht es weiter ich kenne keine zahlen wir rechnen nur die dose rates oh it's for dying my life needs no dates die sind zu hoch für dich denn du bist nur low grade let's go 321 road rage ich check google maps du musst direkt danach also ok kommt der weißt du so road rage ich check google maps berlin pragma zürich gibt cash auf der suche nach cash gehe ich aber smash ja perfekt das war perfekt ja ok gut dann nochmal neu ich weiß wenn er da wo hawker ist bereit es geht nicht um die zeit alles holt mich ein deswegen bin ich schneller als man sein ich kenne keine zahlen berechnen nur die dose rates o x for dying mein live mein live mein lief um darf ich denn mein lief alter was ist das denn finde ich scheiße ist mal live also es war cool ja guck mal den anfang also wir müssen auf jeden fall also wie stehst du am mic ich muss aber ich glaube auch mal hören ich brauche den flow noch mal vom zweiten part und du so will ich nicht der flow perfekt nichts andere ferniger das war cool so super ja wo smash und da kommt ich weiß wenn da drei genau aber auch das geräusch halt das habe ich darauf habe ich gewartet das kann doch nicht also das geräusch kommt eigentlich erst später geht nicht um die zeit geht ja nicht so hastig also du musst nicht so weißt du ich weiß wenn er da von walker ist behind also weißt du so ja das wollte ich mir den flow hier anhören von unter part davor um das wieder zu finden ja ja aber der flow der ist nicht komplett gleich gewesen also ist ja auch egal du musst einfach nur nicht das war ja cool aber nicht so also weißt du so hastig dann weißt du was ich meine dann kommt der sinn hat auch nicht so gut rüber es geht nicht um zeit weißt du diese swagging passt richtig gut zum zweiten part aber in dem part würde ich das würde ich das nicht machen weil dann ist das so ich finde ich finde dass der text dann halt so untergeht so weißt was ich meine aber wir haben es auch gar nicht so geübt oder wir haben wir haben so geübt also das was wir gestern gemacht hatten war ich weiß wenn er da ist behind es geht nicht um zeit deswegen bin ich schneller als man sein genau so hat mir das wissen ja danach kommt er trotzdem noch ich kenne keine zahlen berechnen nur die dosen ja kann das ja auch sein dass es da anwendet der flow muss auf jeden fall noch angewendet werden das ist auf jeden fall ich probiere es weiter aus macht den beat an und lass uns ausprobieren bis es klappt erst mal die ersten teilen road rage ich check google maps berlin prag bei zürich gibt cash auf der suche nach cash gehe ich aber smash ich weiß wenn i die paul walker ist behind es geht nicht um die zeit deswegen bin ich schneller als man sein ich kenne keine zahlen wir rechnen nur die dos rate o x for dying mein live need no dates sie sind zu hoch für dich denn du bist nur low grade wollte eigentlich weitermachen leute musik machen ist nicht leicht sage ich euch habe früher immer gedacht man geht in die booth so schreibt texte so aber nur ein eine zeile verschiebst ein wort anders der ganze flow ist weg und producer macht den beat an bitte ich wollte ganz kurz fragen ich würde die spur die du gerade aufgenommen hast mit laufen lassen damit du weißt ja kannst du mit laufen lassen aber let's go road rage ich check google maps berlin prag bei zürich gibt cash auf der suche nach cash gehe ich aber was mich ich weiß wenn ich weiß wieder nicht ich weiß wollte ich gerade loslegen das machst du wieder aus immer wenn ich dann denke ich lege ja weil ich bei ich weiß einsteigen wollte wenn ich anfang verkackt habe dann gibt mir noch die chance dass danach weitermachen kann jede spur die wir aufnehmen macht sinn ich weiß wenn i die paul walker ist behind es geht nicht um die zeit deswegen bin ich schneller als mein sein ich kenne keine zahlen berechnen nur die dose rates o x for dying mein live need no dates sie sind zu hoch für dich denn du bist nur low grade keiner kennt meinen namen habe zu viele code names die producer kommentare die sollte man sich erstmal in einem special video aufnehmen so kommt producer let's go ja bei welchem wort euch bei der 1 einsteigen das jetzt okay war ich dir 1 road rage ich check google maps berlin prag bei zürich gibt cash auf der suche nach cash gehe ich aber smash ich weiß wenn i die paul walker ist behind es geht nicht um die zeit deswegen bin ich schneller als mein sein ich kenne keine zahlen berechnen nur die dose rates o x for dying mein live need no days sie sind zu hoch für dich deswegen bist du auch für dich deswegen bist du low grade road rage road rage ich check google maps berlin prag bei zürich gibt cash auf der suche nach cash gehe ich aber smash ich weiß wenn i die paul walker ist behind es geht nicht um die zeit deswegen bin ich schneller als man sein ich kenne keine zahlen berechnen nur die dose rates o x for dying mein live need no date sie sind zu hoch für dich denn du bist gerade low grade aber super und ich habe dann gesagt denn du bist nur gerade low ich habe zweimal gerade gesagt ja der war super aber trotzdem ja egal mal hinterher war noch das ist gut 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 wird jetzt heute hast mit liebe auf der road rage road rage ich check google maps berlin prag bei zürich gibt cash auf der suche nach cash gehe ich aber smash ich weiß wenn i die paul walker ist behind es geht nicht um die zeit deswegen bin ich schneller als mein sein ich kenne keine zahlen berechnen nur die dose rates o x for dying mein live need no date sie sind zu hoch für die Leute wir rekorden heute den track road rage das geht ungefähr so road rage keiner bringt mich ab von dieser road rage road rage keiner drängt mich mehr ab von dieser road rage road rage hier endet hast mit der liebe auf der road rage deine letzte rettung ist du kommst wieder bei komm wieder auf die road rage damit will ich eigentlich signalisieren dass ich viel auto fahre ich bin oft unterwegs von land zu land schweiz österreich in deutschland und mit meiner freundin wir waren viel unterwegs auf den straßen und die ist jetzt nicht mehr dabei deswegen ist das so eine homage an die zeit wo wir im auto saßen und einfach von land zu land gezogen sind und genau und auch von festival zu festival gefahren sind ja und ihre den rekorden wir jetzt der geht auch ziemlich lange der hat so drei parts was eigentlich schon lange ist für die heutige musikwelt aber wir sind jetzt am letzten part das heißt ich glaube ich bin heute Abend fertig schaffen wir haut da rein machen wir mal an road rage steck google map berlin prak weil zürich gibt cash auf der suche nach cash geh ich aber smash